Als die Kuppen der Adirondacks am Horizont auftauchen, setze ich mich abrupt auf. Ihr Anblick lässt mein Herz ein bisschen schneller schlagen. Ich spüre ein leises Summen in der Brust, das ich am liebsten verdrängen möchte. Es wird schlimmer, als der Fahrer vom Highway abbiegt und verkündet, wir sind gleich da, Miss Davis. Schon holpert der Wagen über eine Schotterstraße. Der Wald, der sie säumt, wird dichter und dunkler. Knorrige Äste wülben sich über den Weg, greifen nacheinander, verschlingen sich. Hochaufragende Kiefern verdecken die Sonne. Das Unterholz ist ein Wirrwarr aus Blättern, Stämmen, Dornen. Es sieht aus, als wäre eines meiner Gemälde zum Leben erwacht. Bald erreichen wir eine niedrige Mauer mit einem weit geöffneten Tor, über das sich ein kunstvoll gestalteter Torbogen spannt, beides aus Schmiedeeisen. Der einzige Zugang zum Camp Nightingale. Er erinnert an einen Friedhof, wie auch die ganze Umgebung alles andere als einladend wirkt. Das Camp wird nach und nach sichtbar. Gebäude tauchen auf, als hätten Bühnenarbeiter sie herangeschoben. Alle stammen noch aus der Zeit, als das Land ein privater Rückzugsort für die Familie Harris war. Die Kunstwerkstatt, die mit der weißen Farbe und dem Schmuckbesatz wie ein Lebkuchenhäuschen aussieht, war einmal ein Pferdestall. Davor befindet sich ein Blumenbeet, in dem Krokusse und Tigerlilien leuchten. Daneben liegt die Kantine. Weniger hübsch, eher zweckmäßig. Eine ehemalige Scheune, die man in eine Cafeteria verwandelt hat. Eine Seitentür steht offen. Arbeiter schleppen Kisten mit Lebensmitteln aus einem LKW, der im Leerlauf tuckert. Weiter rechts stehen die Hütten. Durch die Bäume erhasche ich einen Blick auf die moosbewachsenen Dächer und Wandverkleidungen aus Kiefernholz. Mädchen ziehen gerade ein. Nackte Beine, schlanke Arme, schimmernde Haare blitzen flüchtig auf. Auf den ersten Blick sieht das Camp genauso aus wie damals. Es fühlt sich an, als wäre ich in der Zeit zurückgereist. Als stünde ich mit einem Fuß in der Gegenwart, mit dem anderen in der Vergangenheit. Und doch stimmt etwas nicht. Ein Hauch von Vernachlässigung hängt wie Spinnweben über dem Camp. Und je länger ich hinsehe, desto deutlicher erkenne ich, was sich in den letzten 15 Jahren verändert hat. Der Tennisplatz und der Bogenschießstand wirken heruntergekommen. Stachliges Unkraut bricht in Zickzacklinien durch die Oberfläche des Spielfelds. Das Gras auf dem Schießstand wächst kniehoch. Am anderen Ende sieht man noch die verrotteten Strohballen, an denen früher die Zielscheiden hingen. Der Hausmeister nagelt gerade Schindeln aufs Dach der tadellos gepflegten Kunstwerkstatt. Er hält mit dem Hammer inne, als die Limousine vorbeifährt. Späht zu mir herunter. Sein Gesicht ist gerötet. Ich starre zurück und erkenne ihn plötzlich wieder. Ich habe ihn damals öfter im Camp gesehen. Er war ständig dabei, etwas zu reparieren. Er war natürlich jünger, sah besser aus, dunkel und grüblerisch, was manche Mädchen einschüchterte und andere faszinierte. Ich würde mir jederzeit sein Werkzeug schnappen, hatte Vivian einmal beim Essen gesagt, worauf wir die Augen vertreten. Ich winke ihm zu und frage mich, ob er mein älteres Ich erkennt. Er wendet sich wieder einer Schindel zu, hebt den Hammer und befestigt sie an Ort und Stelle. Inzwischen ist die Limousine in die kreisförmige Auffahrt vor dem Landhaus gebogen. Frannys zweiter Heimat, wie sie es nennt. Ihr Großvater hat es am Seeufer errichtet. Es sollte das Sommerhaus für eine Familie sein, der die Natur wichtiger war als Newport. Wie die meisten alten Gebäude wirkt es schwer und düster. Ich denke an all die Jahre, die es durchlebt hat. All die Jahreszeiten und Stürme und Geheimnisse. »Wir sind da«, sagt der Fahrer, als er vor der roten Tür des Landhauses anhält. »Ich hole ihr Gepäck aus dem Kofferraum.« Ich steige aus. Meine Beine sind steif und mir tut der Rücken weh. Doch sofort umfängt mich die frische Luft. Ein Geruch, den ich ganz vergessen hatte. Sauber und nach Kiefern duftend. Ganz anders als die Abgase in der Stadt. Erweckt hundert Erinnerungen, die ich ebenfalls vergessen hatte. Wie ich hinter Vivien durch den Wald gehe oder allein am See sitze und die Zähne ins Wasser halte. An alles und nichts denke. Der Duft lockt mich an. Ich gehe los, ohne zu wissen, wohin ich will. Ich bin gleich wieder da, sage ich zu dem Fahrer, der dabei ist, meinen Koffer und die Mahlutensilien auszuladen. Ich muss mir kurz die Beine vertreten. Ich gehe um das Landhaus herum und sehe, wohin mich die frische Luft geführt hat. Zum Lake Midnight.